hier ist chaos auf meiner bastelinsel ich möchte heute mal eine karte machen den namen habe ich schon wieder vergessen aber ich habe das von dem video von der lieben stempel doch mal und die karte heißt also die technik für die karte heißt scrappy stripe technik also scrappy meine ganzen resten und stripe dazu gibt es auch ein hashtag und jeder der die karte nachbastelt kann diese unter diesem hashtag veröffentlichen so ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar brauchen wir eine basis wo wir die scrappy's also die streifen auf kleben die ist 9 x 13 groß dann später machen wir noch ein aufleger dazu auch aus der gleichen farbe und meine streifen ich habe mir rausgesucht diese hier möchte die hier drauf kleben dazu passen habe ich noch nicht so richtig was aber ich glaube ich nehme die hier die und die seite und vielleicht auch noch die oder die also fakt ist jedenfalls man muss die streifen so ein bisschen schräg schneiden wie man ja sieht sie dann irgendwie schön hier rauf drapieren ich glaube ich was rotes dass man das sieht gut aus so 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 ich fange immer mit so einem geraden am rand an das ist ein stückchen abstand dann der man sieht ich habe einen hebelschneider und der ist trotz allem ist der stumpf wie man sieht und ich weiß nicht warum also ich weiß schon warum weil ich schneide damit immer ich schneide damit immer meine pappe also für die mini alben und dadurch werden die irgendwie scharf oder vielmehr wenn ich den so schräg ist ein bisschen schräg ich glaube ich mache die nur zweifarbig mit den palmen und mit den streifen oder was sagt ihr so einmal palm noch mal zum schluss sehr schön so kleben wir das jetzt auf ich finde es mega möglichst gerade also ist auch meine erste karte hier gibt es nur gesehen bei der stempel nochmal und dachte ja genau das mache ich jetzt noch mal ich hoffe ich bin im bild dann ich habe meine kamera verkehrt rum also vielmehr mein handy und dadurch sehe ich gar nicht wo ich so bin ich habe versucht mit ich habe mich versucht mit meinem tablet zu verbinden das hat nicht funktioniert die geräte haben sich irgendwie überhaupt null 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 gefunden also im echten leben berliner ist schwer und jetzt versuche ich gerade möglichst hochdeutsch zu reden aber wie ich finde hört sich das total komisch an für mich denn in wirklichkeit bin ich ein berliner ein richtiger also ne ich bin kein richtiger berliner eigentlich bin ich in brandenburger oder vielmehr in potsdam bin ich geboren irgendwie kommt das doch jetzt nicht richtig hin oder was sagt ihr also muss hier ein winziger streifen hin so viel zum thema vorführeffekt aber das kriegen wir hin wenn wir hier ganz dünner den hin machen und den anderen eben hoch ok ich gebe zu ein paar reste bleiben dann weggeschmissen aber besser als also diese dieses papier hier ist bestimmt schon zwei jahre da in dem in dem restefach scheiße passt das nicht und deshalb ist alles besser als wenn es da weiter schlummert schön alles voll geschmiert hier Hilfe so war so sieht es gut aus sei dank habe ich ja die schöne ach so aber eigentlich ist das scheiße naja jetzt habe ich es falsch gemacht man sollte sich auch vorher ein bisschen Papierchen hinlegen naja ist eine glasplatte fliege mal wieder ab ja bisschen chaos muss sein ne so also wie ihr seht hier hinten jetzt die Reste schneiden wir alle ab schön gerade an der Länge lang also ich finde so ist auch schön schön ja wie man sieht so hätte ich das vorne auch machen sollen aber ist egal schön super scherig okay okay erstmal alle Reste weg und was ist denn das hier eigentlich so also wie ich finde nicht so schlecht dann nehmen wir unsere Karte von Action die Karten sind das steht da 8 mal C6 heißen die also die sind 10,5 mal 14,7 naja dann wie gesagt ach so jetzt habe ich die Querformat gemacht naja gut also so würde es auch gehen aber bei der Dings habe ich auch gesehen jetzt hier der Rand natürlich blöde also eigentlich sind da vorgegebene Maße aber ich werde jetzt erstmal das hier nochmal abschneiden also es stimmt das natürlich nicht so ernst wie zum Anfang und dann machen wir einfach hier Pi mal Daumen wie es am schönsten aussieht ich werde erstmal Bleistift ist weg wie immer nehmen wir den hier also ich mache das immer ganz gerne einfach so und so so und dann schneiden wir einfach so recht ausgeliebt das ganze ist jetzt 14 mal 5,2 schauen wir mal da hat irgendwas nicht gestimmt ne ach so da ich sehe das nicht richtig jetzt habe ich es jetzt habe ich es also 14 mal 10,7 ist das naja Chaos bastelei mit Dörte aber kann man lassen kann man lassen kann man lassen nicht gut naja hier unten ist die Ecke ein bisschen aber okie dokie nehmen wir mal fest also hier ist nicht Teckiglue drin sondern Buchbinder Leim den bestelle ich mir immer beim großen A und fülle den in die Flasche weil die super war aber der Teckiglue war auch super aber so prinzipiell dann teurer als der Leim wenn ich den dann ich glaube immer 200 oder 500 Milliliter weiß ich jetzt gar nicht so schön gerade natürlich auf die Öffnung achten ne schon öfters auch mal falls auf hier klebt falls wir nochmal richtig schön andrücken weil ich finde das hier ist das schlimme falls bei aber ich habe mir ein neues bestellt so blau ist nicht wahr und dann nochmal so drauf geht nicht so schlecht das sieht irgendwie ein bisschen schief aus aber das muss so scrappy scrap und jetzt meine Stempelaufbewahrung sieht man die naja das ist einfach so eine Ikea Kiste und ich habe ein bisschen unterteilt in die einzelnen Sachen und habe dann das ganze in CD Höhlen verpackt meistens passt es nicht durch aber für mich reicht das ich habe schon alles mögliche probiert mit Ordnern und so das war nichts für mich da ist er der oder der so immer schön alles aus dem Bild legen habe ich schon gelernt bei den anderen hier ist da noch mein neuer Stempel drei Monate erwartet beim großen A Bestell kam aus Asien sieht aber schön aus und wie ich finde zu dem Motiv passt natürlich und wo war hier Strand sehen wir uns gerade Strandschönheit ne passt aber hm was die Seele baumeln ja ein Tag am Meer ein Tag am Meer hm passt alles egal so erst ein Sprimpel ich mach mal mehrere und den sehen wir schon das kann ich auch das kann ich auch streiten hier in Waze meine Stempelhilfe ist mir da lieber sieht alles ein bisschen Olla aus aber nicht stören brenne die Meere die Meere dann bereits auf und zack 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 so ja meine Magnete wie man sieht ein bisschen kaputt ich glaube ich habe einen neuen bestellen ich habe bei den anderen gesehen bei den anderen Bastlerinnen auf YouTube die haben so eine also die eine hat so eins glaube ich von EFCO da ist das mit dem Magneten ich habe das ja auch nachgemacht von irgendwem weiß ich gar nicht von wem auf jeden Fall sind da die Magnete schon vorsorglich geschützt ich glaube das wäre das Beste hm es geht doch nichts über frische Seeluft was ist zum Strand ne ne also einen Tag am Meer machen wir einen Tag am Meer und Strandschönheit ne volle Farb voraus ja Strandschönheit aber dass die Silber müssen die Strandschönheit ist irgendwie hm also eigentlich habe ich mir das gekauft für Fotos wenn ich mal das Album mache weil ich selteneins mache also ich mache viele Alben aber selteneins was ich dann auch mit Fotos bestücke ich habe ja wirklich die Sprüche eigentlich gekauft aber hierzu passt es auch kann man ja mal verschenken mit einem Gutschein für eine Reise oder was auch immer mal sehen ob es jetzt hält so hier haben wir hier haben wir neu entdeckt mein Memento ich glaube ich stempel einmal das Bierblatt ab weil ich die Stempel nicht kenne noch nicht kenne das ist vielleicht besser bewegt das einmal uh sieht man das überhaupt hier wenn ich einmal vorher die nächstens abstempel hier mal sehen das wird so nicht klappen was ist denn durcheinander was denn durcheinander was denn durcheinander hier so ist es so ist es mit mir uhlala upsala jetzt passt es nicht wahrscheinlich so das habe ich mir schon gedacht so sieht da und deshalb das Abstimmung auch sieht gut aus bisschen schief war hier kann man aber nehmen nehmen wir mal das andere so so ich hoffe nicht dass das Video ausgegangen ist Siegler baumeln lassen genau also eigentlich habe ich jetzt gerade Urlaub seit also ab morgen eigentlich aber es ist ja schon Feiertag gewesen 1. Mai und leider leider können wir nicht wegfahren wegen dem großen C eigentlich wären wir heute schon auf Usedom gewesen insofern ist ja klar warum ich das hier bastel ein Tag am Meer hätte ich gerne gehabt tja dies ja nicht wir hätten eine Ferienwohnung gehabt die haben wir jetzt heute gerade also wir hatten schon vorher natürlich hat der Anbieter sich mit uns in Verbindung gesetzt da haben wir die schon abgesagt oder umgebucht und einen Gutschein erhalten und dann habe ich heute zu meinem Mann gesagt lass uns mal Vorsichtshäber für Oktober gleich mal bei dem im Zimmer reservieren weil die normalerweise nicht frei haben immer aber das ist ja da haben wir gemacht in der Hoffnung dass bis dahin man wenigstens mal in eine Ferienwohnung fahren darf ich bin dagegen ist doch eigentlich auch nichts zu sagen ich könnte nämlich jetzt zwei Jahre zu Hause sitzen in der Ferienwohnung kann man Abstand halten kann man reinigen wenn die Gäste tauschen wo ist jetzt einen Tag am Meer hin ach da oben ok so nehmen wir das wieder weg wieder weg ja seht ihr flüssig Kleber keine gute Idee zumal das Papier relativ dick war aber gut scheiß drauf und nochmal abschnibbeln mit den großen jetzt bin ich mir mal langsam ein bisschen beeilen das wäre vielleicht cooler gewesen das wäre doch ein bisschen länger gewesen wäre dann hätte ich nicht sehen ob das noch wird hätte ich hier nur einen kleinen Wimpel oh gut dann schneiden können halt weil jetzt ein Fehler war jetzt mal ein blau unterlegen ne ne ich schneide es gerade besser aus ne ist jetzt natürlich ein bisschen eng das ganze mit einem kleineren Schnibbel so also wenn ich mit Hand schneide was ich ja nicht gerade machen kann wie man jetzt sieht klebe ich das dann vorher auf auf dem Herbstock die Umrandung damit ich dann relativ gerade auch abschneide so tada 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 mein Mann kommt rein ist gleich soweit Schatz ich bin gleich fertig guckt sich doch sowieso keiner an insofern das ist auch eher warte keller aber aber ich probiere wenigstens ne wei was denn mein Leben ist und wenn man jetzt auch mal und so war oder so ist immer noch schief ne so so ne finde ich super nehmen wir so geht ja auch nur darum um das Prinzip zu zeigen aber so schlecht ist es nicht wo ist meine olle Schere hier ist meine olle Schere angeblich beschichtet wie man sieht aber ihr wisst ja selber das ist hier diese sehr schöne finde ich besser als die kleinen Schnubbis Band von also so eine Abstandstape aber so günstiger ist von Teddy oder so das klebt wie Hulle meistens an den Geräten aber eben doch auf dem Papier so hier hier oder hier oder hier oder hier ich glaube hier ist besser aber das ist cool ja ok fertig denn sie was mich stört eigentlich nicht schlecht finde ich was mich stört ist die untere Ecke aber wie ich finde nicht schlecht ich hole euch mal nochmal ran kann man lassen oder ok das war's ich wünsche euch einen schönen Abend ich mache jetzt noch eine Karte aber ohne Kamera bis bald tschüss bis bis